den wir jetzt sehen werden, nämlich morgen nur 18 Grad und viel Regen im Westen. Gott sei Dank Sonntag erholt sich das Wetter wieder, steigt dann wieder auf die 20 und über die 20 dann mit Wochenbeginn. Dasselbe Bild auch morgen, 19 Grad im Osten und dann am Sonntag die Erholung und die Temperaturen klettern dann wieder mit zunehmenden Tagen wieder hinauf. Also heute der wunderschöne Tag, den wir uns wirklich ersehnt haben und jetzt ist er da. Nutzen Sie die Gelegenheit, gehen Sie ins Freie, aber natürlich auch mit den Corona-Maßnahmen, denn die sind auch ein wichtiges Thema. Und dazu gebe ich jetzt zurück zu meinem Kollegen Martin.